Herzlich Willkommen Leute! Endlich wieder LoLtime! Und das auch mit Thomas, der jetzt mal in am besten zwei Minuten, die wir beschätzungsweise haben, eine Kurzfassung für mich gibt, was man überhaupt in diesem Spiel macht. Also genau, das ganze Spiel findet auf der Aram-App statt. Man konnte am Anfang drei Champs bannen pro Team und dann konnte man frei auswählen, was man spielen will. Das Ziel ist es, die gegnerische Base zu bestören, wie im normalen. Aber es ist halt so, man hat, wie man sieht, zwei andere Sammler-Spells. Mit dem einen kann man Poro auf die Gegner werfen, also werfen, ja, nennen wir uns werfen, über eine ziemlich große Distanz. Wenn man einen Gegner trifft, kriegt man einen Punkt. Wenn man zehn Punkte hat, kommt ein Riesen-Poro von oben runter, der Poros um sich schmeißt, die Gegner angreift und den Tower tankt. Ja, mit dem anderen Spell kann man direkt zum Poro-King sich sozusehen teleportieren, also man nimmt dann selber so einen kleinen Poro und huselt dann über die Map. Und mit dem anderen Spell, wenn man dagegen getroffen hat, kann man sich auch zu dem heranziehen. Das ist mal so die Kurzfassung, das meiste wird man, glaube ich, im Laufe des Spiels sehen. Okay. Oh mein Gott, es rennt mir ein Poro hinterher. Ja. Eben D, siehst du, hat eine, also wenn du es auf D hast, hat eine richtig große Reichweite. Oh mein Gott. Ähm, das Ding macht, glaube ich, noch bis 50 True Damage, wenn es einen Gegner trifft und du kannst dich eben direkt ranziehen. Lass mich raten, man hält sich am Anfang auf jeden Fall von diesem Busch-Pferd. Ja, und am besten, hier ist es wichtig zu dodgen, da so ein Poro-Klo kommt. Ja, das können wir bestimmt hin. Ach, ja, also die Gegner haben sich zwei Punkte, wir haben einen Punkt. Ich vergesse gerade, wenn das völlig zu feiten. Ach, Poro getroffen. Wir haben jetzt drei Punkte, ne? Wir haben drei Punkte, genau das ist auch rechts. Oh, ah, aber. Wir haben jetzt fünf Punkte, wir haben vier. Was macht denn der immer? Warum springen die denn ständig alle rein, sind die doof? Ich, ich weiß es nicht. Treffer. Oh, fuck, aber. Du sollst doch keine Minions treffen. Du sollst die Gegner treffen. Äh, du kannst, glaube ich, die cooldown, die du zieh, wenn du dich ranziehst. Ja, um fünf Sekunden. Wow, als ob ich mich da mitten in eine Gruppe stellen würde. Ja, wenn du Minions triffst, dann kannst du dich ja schneller wieder. Wieder getroffen. Nice. Aber ich scheine auch der Einzige zu sein, der ist mal. Ja, ich hab cool dann. Wie verlockend. Wie kann das denn sein, dass wenn da sieben von zehn steht und ich dann 20 Sekunden cooldown hab? Oh. 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 Aber Gott, Vorköne nicht töten. Genau. Weil dann, wenn der tot ist, haben die wieder null, aber wir haben noch die, die wir hatten. Die acht Stück. Das heißt, wir müssen dann noch zweimal treffen, dann haben wir wieder. Los, Tor. Tötigen, bevor die an unserem Tor sind. Ich denke, das dürfte ganz vertäglich wertvoll sein. Auch wenn ich grad voll kein Plan davon habe, was ich hier tue. Ey, hier ist ein Tief. Ey, da stirbt nicht. Das heißt, zwei Treffer. Oh, ich hab grad einen gewinnen. Ja. Wir haben jetzt den Poro König. Ja. Mit F kannst du dich wie gesagt an den Rand ziehen. Das heißt, du könntest mit D an den Gegner ran. Und mit F direkt wieder zurück. Ja, ich hab das grade glaub ich gemacht. Ich hab dich fürs weggelegt. Ich weiß aber nicht warum. Mein Murgel ist mir grade verzeihen, dass ich mit meinen Spells grade überhaupt nicht umgehen kann, weil ich sehr lange... Ja, wenn du in der Base bist, drück direkt die F-Taste. Dann kommst du nach vorne. Okay. Ja, mitten in den Gegner rein. Da komm ich hin. Nein! Los geht's! Dahle! Dann komm ich hin! Dann komm ich hin! Dann komm ich hin! Dann komm! Dann komm ich hin! Dann komm ich hin! Ich bin in der Basebaum. Dann komm ich hin! Jedes Mal, also ich weiß auch nicht genau wie das berechnet wird, hat der Po-Woking mehr Leben um ein bisschen mehr Schaden. Schaden machen tut er nicht unbedingt viel, aber eben er kann recht hängen. Also wie gesagt, möge es mir verzeihen, dass mein Spells so überhaupt gerade nicht funktionieren, aber viel zu viel zu viel WoW davor, viel zu viel Diablo. Meine Skills sind jetzt gerade sogar auf 1,2,3,4,5 umgestellt. Obwohl ich jetzt überhaupt in irgendeiner Artikel hängen kriege. Oh fuck. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich auch. Ich habe aus Versehen. Ich dachte, ich hätte einen Minding getroffen. Plötzlich stehe ich unter dem Tower und da steht so ein S-Ring. Oh nee. Das ist dann aber nicht so gut. Wie gesagt, wenn ihr Kritikpunkte habt, wie scheiße ich bin, weil ich mein Alter hab ich nicht geschissen bekomme, dann sagt mir das. Das ist mir lieber, als wenn ich auf ewig die Verböde und euch scheiß Qualität bietet. Marcel kann sich freuen, wenn er mal wieder normal spielt, dass sich so viel verändern wird. Nein, lieber nicht. Unser Kätzchen ist gestorben. Hast du die neue Map schon mal gesehen? Nein, ich glaube auch nicht. Sie sieht nicht schlecht aus, aber eben es gibt so viel Gefängnis. Wow, ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Ich habe das erste Mal mein Spell nicht getroffen. Ich habe getroffen. Noch einen. Ja, deswegen wollte ich ja treffen. Also wegen zwei noch, aber trotzdem. Nee. So komm, noch einen. Vier, drei, zwei, eins. Sollte treffen, komm. Ja. Ich habe gar keinen Hotkey für meinen Heal-Pot, what the fuck, warum sind wir keine Keys drauflegt? Das ist Edithin, eben. Oh, ich habe ja. Weiß ich. немножко kräktisch, was bleibt dann. Das ist die 20-333. Ich habe dich in der Sache gekauft, was richtig lebt. Das ist die 20-333. Oh, tsch. Ich habe den D-333 oder so. Ich habe das Ganze. Die 1-333 hat dené-Pot. Alter, ich bin nicht knapp in der Wurst. Ich kaufe gleich mal das Item, um die scheiß Pilz zu sehen. Oh ne. Das ist doch schlimm. Die Pilz habe ich noch mitgenommen. Aber du kannst ja auch wie ein verdünftiges Araben spielen. Notgedrungen brauchen wir den Pumkönig endlich. Ja, kann halt viel tanken. Aber nein, dafür spielen wir den Modus. Ich mein. Okay, schnell ausweichen. Was nehme ich denn für Items? Ja komm, ne, wärs noch mit Magie-Durchdringung. Oh, sorry, das habt ihr nicht gehört. Ah, warte. Nein, das war nicht mein Handy. Total professionell. Nicht. Nice. Nice. Dies, we have ultimo. Mann, Misty. Aua. getötet kommt noch mal her ich tue die nicht und rein chum und raus chum komm noch her ich tue die nicht ich glaub sie haben gleich vor die schlugen vorher sterben nur noch ein bisschen hier steht 18 also 19 jetzt brauchen wir noch einen und dann haben wir den vor den erst mal ein bisschen los benutzt euer D schnell ich hab's noch nicht neiii Thomas ja doch ich weiß traurigerweise ja boah jetzt hat er schon 3000 leben ne schreck dich sonst wär er auch schnell tot ne zum besseren IT ja so wie unsere Gegner ungefähr Marcel gegen den Poro demnächst im Kick so ungefähr ich glaube wenn du jetzt ein Poro abschissen würdest dann kriegst du nur ähm warte den snipe ich den snipe ich komm ah fuck oh man äh komm los drück D ja sehr schön dann bin ich nämlich gleich wieder direkt im fight so jetzt kann unser Poro ein bisschen tanken weil die da unten sind hallo ich hab' Lust ein Timo dahinten zu holen das fand ich jetzt voll unfair wieso finde ich nicht nett was du da machst böse Leute töten der hat mich ausgeregt das geht natürlich nicht ne man muss Respekt haben das geht das ist richtig gut wir können mit dem Poro so arbeiten dass wir sogar ab und zu darauf achten dass er nicht allzu viel Tower Damage tankt ich geh mal kurz ja komm mal eh gleich wieder wenn der Poro dann noch lebt ich hoffe es mal ah dann können wir auch so einen Positionswechsel machen mach mal geil das können wir richtig intelligent nutzen wie scheiße ja du kannst dann allen Gegner reinspringen und direkt wieder raus springen ja dreifach Tötung ja op nyan dalle ja op ja was wollte ich mir damit doch kaufen achso genau ja was wollte ich mir damit doch kaufen halte dich nicht zu so jetzt steht wieder 1 zu 10 und 1 zu 10 äh nein 1 von 10 warum sag ich ja jetzt mal zu aua eingetroffen ich mach gleich auch mit ich mach gleich auch mit ich mach gleich auch mit outplayed pfff pfff aah fuck ich bin jetzt aber nicht aufschl pfff aah 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 Warten noch kurz ein paar Gold ab. Oh, da kommt ein Ashhold. BAM! Tut weh, oder? Ja, tut weh, ne? Oh, du meinst ja noch 2. 2. Ja, ich wollte gerade... Machen wir da hin? Naja, naja, nicht schlimm, nicht schlimm, wir gewinnen das hier locker. Alle Male, easy. Easy. Das beste wäre eigentlich, wenn wir jetzt noch einmal treffen, während ich jetzt gerade 2 komme. Ja, in 5 Sekunden. Gebt mein Bestes. Mein Bestestes. Sollte treffen. Sollte. Ja. Ich hoffe, er ist in 28 Sekunden auch noch da. Ja. Er hat schon 63 A, der. Hat er immer spielen? Weiß gar nicht. Ah, 10 Sekunden hätte er wohl noch überlegen. Warum auch nicht? Den Fokus doch keiner. Der ist doch noch hier was vorne angekommen. Mhm. Über die ganze Map. Ja. Huiii. Hallo. Wie der schön tanken. Ja, mit dem Leben kann er echt einiges tanken. Das ist ja fast der Win, wenn wir uns in die Situation bekommen. Ja. Das heißt, passt eigentlich jetzt das der Win, oder? Komm, klopp drauf. Los. Oh Gott. Warte, ich hab voll Idee. Warte, warte. Voll Idee. Okay. Oh, fuck. Oh, Lexus. Die wollten mich nicht fokussen. Wir müssen den Poro töten. Der ist böse. Ja, der könnte sich drauf porten. Ich glaub, das haben sie sich wirklich gedacht. Mhm. Der Poro wäre dem Ding nicht wirklich gefährlich geworden, dem Lexus. Ja, das nicht, ne. Ich glaube, beim Teemo oder so, ist glaub ich mit einer Combo tot. Oder wenn ich noch Deathfire aufhaue. Nein, sie haben den Poro. Jetzt müssen wir ihn schnell töten. 4400. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Erstmal den Renek und das Heal wegnehmen. Hm. Alter. Wie low wir jetzt sind. Eine Combo. Und schön alle getroffen. Nice. Okay, über Assist drauf. Idiot. Oh mein Gott, sind die schlecht. Also lauftechnisch sind die echt so einfach voraussehbar. Oh Gott, Alter. Ich und Bier trinken. Das ist nicht gut, ey. Bier um vier. Oh ne. Nein. Warum stirbst du denn doch schon wieder? Timo. Der Pilz auf. Freib der Leader. Keine Ahnung. Ich glaube, er möchte damit sagen, dass sie eine Verschlechterung innerhalb ihres Spielskills hatten. Im lauflosen Gangster. Von schlecht zu schlechter. So ungefähr. Ungefähr. Von schlecht zu schlechter. Ein schlechter. Ich wusste es. Das ist mir so klar. Oh. Nicht getroffen schon. Eigentlich könnte ich versuchen, bis zu dem nach hinten durchzukommen. Okay. Hihi. Verwöhnlich. Oh. Jetzt steppe ich schon wieder. Nein. Das war's. GG. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Das war ganz nett. Endlich war wieder was neues bei LOL. Ich meine, ich habe ja schon lange Zeit. Oh, ich glaube irgendwie, das wird doch alles zu früh. Ich glaube, das reicht noch nicht. Das wird alles zu früh. I will death. Ich glaube, das wird echt zu früh. Oh mein Gott. Alter, diese Pilze. Oh. Oh. Mach das. Das tut. Ich wollte wieder ab. Nein. Ich habe wieder ab. Ich habe meine Farbscheidung echt zu früh gemacht. Marcel, was sagste? Komm mich bis dahinten durch. Was? Nee. Besonders sind das noch 1100. Auf dem Nexus. Ja, wenn die alle mir vorbei laufen würden. Das sind trotzdem 1100. Ich bin ARP das Haus. Nein. No problem. Wenn mich diese Poros nicht verfolgen würden. Hey. Woher wussten sie das? Nein. Du bist getroffen, damit bist du tot, ja. Und ein Pilz war auch noch da. Scheiße. Ja, ja. So ist das halt, ne? Wieso haben wir eigentlich Vision in deren Base? Die Poros? Hä? Diese Poros? Hä? Wieso hatten die Vision auf mich da einen Busch drin? Aber, ich glaube die Poros verschaffen einen Vision wenn die hier sein. Ja, ich glaube irgendwie auch. Diese hier. Also, wie gesagt, ich nehme nochmal die Verabschiedung zurück. Ich bleib euch dann doch noch ein bisschen länger halten. Jetzt haben wir aber das Video schon ausgemacht. Ich glaube das, man sieht so muss die Länge. Ja, das stimmt. Wie Leben hat der? 4800 Leben. Ja, knapp 5000, okay. Wie kann man die Minions hinter sich loswerden? Aua. Die M-Koro hat's ja echt gebracht. Die haben immer noch nicht unsere zweiten Dauer da. Dafür drücken sie uns, da wird immer mehr daumen. Ja, vor allem dieser Tito. Boah. Ich werde gleich drauf gehen. Komm, noch zweimal eine G treffen. Das war direkt zweimal getroffen, Loi. Aber er hat euch alle getötet. Also wenn er den Poro-König jetzt nicht tötet, dann ist das vorbei. Dann kann ich da nach vorne gehen. Ja, ich wollte sagen. Der nächste Mal hauen Heimatwaschen rum. Oh mein Gott. Ich komme! Dann kill vorher, dann... Ja, das kriegt es. Ich komme auch. Juhu! Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das wieder heißt, die Poros sind scheiße! Eu молch! Marja! Dom geht's! Du bistéréwwalt!